Und damit herzlich willkommen zurück in der deutschen Vorstellung, meine Salzarbeiter und Salzarbeiterin. Herzlich willkommen zu diesem weiteren Ranked Game of Desert Ruins oder Wüstenruinen, wie ich es jetzt hier nennen muss, weil mein Spiel auf Deutsch eingestellt ist, apparently. Ah, wir machen mal einen ganz entspannten Eco-Architect-Move. Ich höre nichts von der gegenüberliegenden Seite. Passiert da was? Ja, da kommt was, actually. Ich war kurz ein bisschen slightly confused, dass da nichts kommen würde. Aber das ist doch der Fall, bin ich ja beruhigt. So. Plan, full Eco. Into Upgrade Center, into T2. And that's what we're doing right now as of here. Oh nein, er baut einen Kasten, Leute. Der erbaut einen Kasten. Ich bin jetzt schon hoch zu Rang 66 und der Gegner baut einen Kasten. So, was brauche ich hier? Ah, es ist Architekt. Oh Gott, naja, gut, dann funktioniert das schon mal nicht. Dann machen wir das als erstes. Holen uns hier ne Waffenkammer, I suppose. Da werden direkt Türen eingezogen. Interesting. Waffenkammer eintun doch mehr Windturbinen, please. Ah, zwei sollten, glaube ich, erstmal reichen, I think. Hei, 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 hei. Erstmal das Upgrade Center dazwischen schieben. Später Cannon-Tag da rein. Ein bisschen was brauchen wir noch. Ja, komm, 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 komm. Zack, da kommt es. Dann sparen auf T2. Oder erstmal nochmal Windturbinen ballern. Ich glaube, erst noch ein paar Windturbinen bannern, aber ich kann auch. Ah, komm. Ah, eine gönne ich mir noch. Da gerade Tür aufgemacht. Ich habe meine Tür gehört. Er will mich beschießen. Gibt es ja nicht. Frechdachs. So, da können wir gleich noch zwei Windturbinen placen. Aber erst kommt jetzt T2 und dann Windturbinen. Den behalten wir mal ganz entspannt. Windturbine. Noch eine Windturbine. Batterie brauche ich, glaube ich, nicht, weil ich jetzt, während das Upgrade Center fertig läuft, nicht volllaufen wird. Und die Batterie sowieso nicht fertig werden wird. Und dementsprechend ist das, glaube ich, gewastete Resource. Zack, da kommt das erste Upgrade. Und hier bauen wir jetzt, na, wir bauen es mal so. Die ersten, das ist, das, mehr geht nicht. Okay, muss ich ein bisschen gucken, dass ich alles brauche. So ein bisschen so in die Richtung. Es funktioniert. Das klickt heute nicht ganz so gut, ne? Da bin ich early. So, irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, wir haben noch keine Tech ready. Gehen mal hier direkt für extra Storages und da kommen noch Batterien später rein. Eins können wir noch, weil die fünf Windturbinen powern da gerade richtig gut rein. Power! So, jetzt machen wir mal hier bitte Cannon ready. Das war nicht geplant. Ja, wir können das so machen. Okay. Fair enough, soll reichen. Gucken rüber. Solange ich keine Upgrades höre, können das nur EMPs oder Gunner sein. Und that's completely fine. Damit kann ich leben. Ich glaube, hier mache ich mal wirklich ein Portal hin. Das wollte ich nicht so anwinkeln, aber ist okay. Machen wir hier Grid aus, please. Thank you very much. Haben wir noch eine Mine, die wir upgraden müssen? Jawohl. Dann gehen wir hier noch für Windturbinen. Machen wir auch mal zwei Upgrades raus. Können wir ja schon mal ein bisschen Türen bauen und stuff. Das Ding ist, wir werden wahrscheinlich nicht viel zu erwarten haben, ne? Tut mir leid, dass Rank gerade so unspannende Games sind. Man muss sich halt erstmal hochspielen. Rang 6, 6, 6 sind wir. Da habe ich gerade eine Metallstrebe reingezogen. Kollege. Die musst du mir teuer ersetzen. Weil jetzt nämlich futsch ist. Durch das Play, was du hier gemacht hast. Ich glaube, es ist etwas wie das. Das funktioniert. So, irgendwie sowas. Machen wir noch so. Ist da unten irgendwas exposed? Kann eigentlich nicht, ne? Da schneiden wir doch einfach kackfrech die Tech weg. Gibt's ja nicht. Zum Glück die falsche. Aber frech ist es trotzdem. Jetzt machen wir mal hier Fratzengebüller da drüben. So, Kollege. Hast du dir das richtig überlegt? Ich habe keine Energie. Ich brauche noch eine Batterie. Da werden da erstmal zwei Batterien gebaut. Oh, der wäre da fast... Imagine, ich hätte das direkt gehabt, ne? Der wäre sofort runtergefallen. Da kann auch noch eine rein. Dann adden wir noch ein bisschen Strom. So, wie es halt eben passt hier. Something like this. Machen wir mal rein. Eh. So, ich brauche eigentlich nur... Ey. Eigentlich nur den Strom. Oder einen gezielten Schuss auf den Kern, habe ich gehört. Ja, Leute, da hängen wir noch eine ran. Bis gleich. Oh, nein, 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 nein. Wir sind wieder da, weil wir da... Wir spielen wahrscheinlich gegen einen Asiaten oder gegen jemanden, der sein Spiel noch nicht gestattet hat. Aktuell sieht die Ping okay aus, aber nichtsdestotrotz... Wir wollen nicht gegen Asiaten spielen. Wir wollen es einfach nicht, ne? Die Ping ist einfach garstig. So, wir gucken mal rüber. Okay, es wird schon wieder... 54 sind wir jetzt, ja? Rang 54. Und es tut mir wieder mal leid für die Leute, die reingehen und denken, ja, man, geil, lass mal ein bisschen Rank spielen. Ich bin jetzt Platz 200 oder so. Hat mir schon ein bisschen vorgespielt. Und dann kommt so jemand wie ich, wie so ein D-Zug dran vorbeigefahren und fährt über die rüber, ne? Das macht doch auch keinen Spaß, dann das Spiel zu spielen, oder? Also, I'm mean. Aber gut, sind halt gerade einfach keine so guten Leute online, I guess. Hallo? Ich zum Beispiel ja auch nicht. Bin ja auch nicht gut, also da würde ich mich jetzt nicht dazu zählen. Lol. Ja. Und dann schimmen wir mal hier. Könnten wahrscheinlich das Metall sogar noch verkaufen, weil es nicht relevant sein wird fürs... fürs Spiel. Und er hat sterben, weil er diese Mäder verkauft hat. Auch schon mal einziehen. Something like this. Genials hier warten aufs Metall. Holen T2. Eigentlich könnten wir Upgrade Center first gehen, ne? Ich weiß nicht mehr, wie da die offizielle Build Order war. Ich glaube, ich mach's jetzt mal so rum. Place da mal in Upgrade Center rein. Relativ cocky. Wir müssen rübergucken ein bisschen, ne? Da kann ja auch Schmarrn kommen, sowas wie Mörser. So, drei Mörser hier drauf. Drei schwere und wir werden Dode. Und wir wollen nicht, wenn Dode ein echt cooler Charakter ist. Aber wir wollen ihn nicht sein. Denn in diesem Fall, Dode bedeutet Dode. Versteht ihr, wie ich meine? So, something like this. Schon wieder viel Englisch heute, ne? Aber ich muss ja auch... Ich hab ja auch einen Bildungsauftrag, so. So. Den hoffentlich haben wir schon mal erfüllt. Ob wir hier auch nur irgendwie zusammenstürzen können. Direkt mal... ...Stability-Tag eingezogen. Okay, die baut richtig. Da hat der Hotspot falsch. Hallo? Nee. Ja. So, da noch ein Upgrade. Hier noch ein Upgrade. Hier hochbauen. Mal gucken, ob wir da... ...nachher genug Winkel haben werden. Ich hoffe es jetzt einfach mal. So, so far so good. Ein paar Upgrades haben wir noch zu gehen. Gegner. Kämpfen mit sich selber. But that's okay. Jetzt könnte man das... ...theoretisch fast schon verkaufen, ne? I think I'm gonna do this. Das fühlt sich ein bisschen cocky an. Ich werd's mal tun. Bisschen da was... ...was davon wurde gerade weggeflutet. Aber ich glaube nicht viel. Und ich würde... ...wenn ich so objektiv drüber nachdenke... ...sagen, dass es... ...gar nicht mal so der schlechteste Move ist... ...an dem Punkt, das zu verkaufen. Das ist ein bisschen zu... ...schräg hier, ne? Der wird durch die Strebe relativ gut blockiert. Und genau Backtop 1, würde ich behaupten. Oh, der kommt mit... ...Portalen. Ah, Online-Portale. Das heißt, dass das Game hier länger geht. Okay. An da an kommen wir nicht vorbei. Irgendwär 50. Das wird hier auch nicht unbedingt viel besser. Oh, der ist ein bisschen Defense geaddet. Wow. Kollege, wo kommt denn das Kanone her? Von da oben oder was? Er baut einfach Portal. Jetzt muss ich hier ganz runter... Das ist jetzt nicht dein Ernst, ja? Spiel. Also, ich lass mich hier schon viel von dir verarschen, aber ein bisschen mitmachen musst du jetzt hier auch schon. Und einfach Portal da und knallt mir die Minen weg. Das hab ich auch noch nicht gesehen. Das Abkreuzhändler, das brauche ich nicht mehr. So. Jetzt haben wir da einen Oschi hingesetzt. Jetzt holen wir uns noch einen Sniper. Können uns hier Türen. Er hat Sniper gesehen, macht Portal aus. Macht Portal wieder an. Winter been gone. Ach, Mann, ey. Wirklich da, 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 was, was. Also, hör mal. Ich glaube, ich brauche das jetzt ein bisschen weiter hinten, mein Setup. Warte noch einen Schuss ab. Okay. Hä? Ich verstehe es noch nicht so ganz gerade. Aha. Unten hat er die Tür. Verstehe. Kollege, ich weiß nicht, ob du es wusstest. Du musst vor allem auch deinen Kern verteidigen so ein bisschen, dass das jetzt nicht gerecht hat. Oh, das wäre so cool gewesen, ne? Das wäre schon recht cool gewesen. Na komm. Das reicht nicht. Gibt's ja nicht. Was wollten wir nachbauen? Ditte. Weil, haben wir da nicht mehr. Und Float ist da. Erstmal aktive Fähigkeit, um alles schön zu reparieren. Wir hören auf die Tür. Schade. Wir konnten es hitten. Was will der denn mit dieser einen Kanone da gewinnen? Oh, nein, 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 nein. Oh, für mein Fähigkeit. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich lasse es jetzt hier mit ranked, weil die Games einfach nicht spannend sind, weißt du? Die Games sind einfach nicht spannend. Ich finde gerade keine guten Gegner. Und gegen das alles hier hätte ich wahrscheinlich auch erstmal keine Chance. Aber so, wo sind die Leute? Ein Süßi. Melek. Tja, es wird echt noch aktiv gespielt von diesen ganzen Leuten. Das ist schon irgendwie crazy. Eton, Digga. Aber es ist keine gute Winrate gerade. Oder ist Nate wer anders? Das muss eigentlich Eton sein. Bei den ganzen Badges? Eton oder Matteo? Robo. Wer ist Robo? Dranistian, glaube ich, ne? Tja. Meine Damen und Herren, das war eine weitere Folge von Ranked. Wir schauen mal, was wird. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.